Ach Kobi, äh meine Auszubildenden übrigens, sie brauchen noch Schussverletzungen, ähm, falls du mal eine Schussverletzung hast, kannst du gerne herkommen, die Auszubildenden freuen sich. Ja klar, ich sammel die. Was haltet ihr davon, wenn Kobi euch durchschießen bleibt? Ich kann schon schießen, aber Violet noch nicht. Wer von euch ist Violet? Ich, ich. Violet, macht mal die Arme hoch. Ich bin Violet. Du hast gesagt, weiter links. Ja, aber nicht so weit links. Ja, aber sag wie weit links. Soll ich mich hinstellen, damit sie es besser sieht? Nein, 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 du bleibst genau hier stehen. Okay. Piu! Ah! Getroffen! Ja! Und wann darf ich schießen? Weiß nicht, Papa hat gesagt, wenn du dich da machst, fühlst du. Piu! Sag, was hündet es bei dir? Aber du hast gesagt, will ich mich zu weit fliegen. Du sollst nicht auf mich schießen. Dann ist auch Hände her. Gib mir all deine Kekse, musst du doch sagen. Ich nehme auch dein Geld. Okay, äh, äh, wartet, ich muss, ich muss gucken.